Wir haben noch viele tolle Songs für euch heute mitgebracht an diesem Nachmittag, damit ihr auch wisst, wie das hier abläuft. Wir spielen jetzt erstmal, bis wir nicht mehr können. Und das ist ungefähr so in, naja, so drei Stunden. Dann machen wir eine kurze Pause. Da könnt ihr auf Toilette gehen. Gut, hier drüben an diesem Stand hier, den könnt ihr sehen, rechts, extra mit so einem roten Dach neben der Bühne, da gibt es Artikel, die für den täglichen Bedarf eigentlich eines jeden eigentlich unverzichtbar sind, nämlich CDs von uns. Orange, ich seh's nicht durch das Orange, ja. Ich hab eine Orange-Rot-Schwäche. Hier drüben gibt es CDs von uns, wenn ihr die schon mal anschauen wollt, könnt ihr das gerne tun. Oder ihr spitzt die Ohren hier Richtung Bühne, denn hier passiert's live. Wir haben jetzt einen schönen Song für euch mitgebracht, da brauchen wir nochmal eure aktive Unterstützung, und zwar mit euren Händen. Es geht in den Sommer, wir müssen jetzt wirklich hier thementechnisch gegen den Regen arbeiten. Also es geht in den Sommer, aber nicht in irgendeinen Sommer, sondern in den Sommer 1959. Auch hier werden sich außer uns wieder noch wenige erinnern. Trotzdem spielen wir den Song, und ihr gebt uns mit euren Händen, wenn ihr keinen Schirm in der Hand habt, den Rhythmus. The Summer of 59!